Hallo, wir sind die Vollspackos von RobBlockers und heute zeigen wir euch in den neuen Abenteuer von Headstone, wie wir den ersten Boss besiegen. Und weiterhin nicht, weil wir kein Geld haben, wir sind arm. Genau, wir zocken nur den Gratis-Boss, weil wir kein Geld ausgeben wollen. Wir geben nur für Alkohol Geld aus. Und Vodka. Ist doch Alkohol. Oder nett. Ja, aber gutes Alkohol. Ich komme überhaupt nicht um das Spiel reden. Also auf jeden Fall Karazhan, ne? Scheißegal. Er fängt auf die Kolch. Auf die Kolch. Man spielt diesen Mixer da unten. Was gibt's denn zur Auswahl? Er hat 10 Rüstungen. Oh. Oh, ein legendärer Diener, sehr geil. Oh, das ist gut, Adler. Hast schon. Jetzt gehen wir mal Ficke. Ähm. Die Martin. Boss Kicken. Das war der Endboss von Karazhan. Von dem VOW, der Prinz Malke. Ohne Scheiß. Was ist deine Hellfähigkeit, Englisch? Nicht auszuladen. Ziehzeugkarten. Mit drei Karten? Oh, shit, lass. Voll unfair. Was ist mit dem los, Mann? Ruft ein 6-6 herbei, zieht drei Karten. Nein, das können wir auch umschlenken. Warum ist das? Oh, hier besteht 51% was. Das ist der Gegner eine. Habt ihr gesehen von das? Ja, abgesehen von dieser Feier. Guck mal ein bisschen Spielsound, Alter. Der Spielsound ist über dem Kopfhörer. Ich hab das gemacht, damit vermisst du. Du hast ein Mikrofon. Achso. Guck mal, eine Gummi-Ente! Eine Gummi-Ente! Guck! Ja, eine Quietsche-Ente, Alter. Ich hör gar nichts. Doch jetzt. Aber ganz heiß. Was erlaubst du überhaupt mich zu beleidigen und meinen Laptop und meine... Was hat er gesagt? Spiel mal langsam. Ja, ich muss einspielen, sonst bin ich gefickt. Fächt. Der Lava für den Scheiß. Ich hör nichts. Ich hör nichts. Mach mal kurz. Ich bin hier alleine weiter. Nein, ich bin hier alleine. Ich hab keine Freunde. Ich will nicht verlieren bei der Aufnahme bei euch. Doch, doch, doch. Das ist aber scheiße. Ich glaub 10 bist du. Ich möchte genau wie Magyves sein. Ne, mach mal das da. Denkt darin. Diener. 3,9. Wenn eurer Held Schaden erleidet, würde dieser stattdessen diesen Diener schaden. Also der kriegt dann den Schaden. Ja, dann greift er wahrscheinlich jetzt mit dem... Ja, logisch. Wer ist so bereit für ihren Aufnahme der Held? Nimm einen Burstpunkt gerade bitte. Was ist das? Go schalten. Ey, das ist ja voll imber, Mann. Oh mein Gott. Der hat schon 8 Mana. Oh mein Gott. Der hat schon 8 Mana. Irgendwas ist hier nicht ganz korrekt. Oh mein Gott, das geht immer weiter. Er hat 2 Karten, er hat 4 Rüstung. Also das konnte er in WoW auch mit dem Dinger beschweren. Er hat immer einen Takt und den zweiten Takt. Er hat ja gut am Sack. Er hat in diesem Zug plus 5 Zauber Schaden. Ja toll. Aber keine Fähigkeit dafür. Oh. Macht es mit 10 Rüstung. Am besten weil... Was ist das jetzt? 5 zufällige Geheimnisse aus. Oh ja, Mann, ja! Ja, nächste Runde. Oder warte mal. Äh, 2 Schaden. Ne, bringt nichts. Kacke. Das ist schon ein kleiner Avonialer, der. Der ist ekelhaft. Du bist da. Der prügelt sich. Oh, da ist eine Kommiente. Und ein Wasserhahn. Und ein Cocktail. Mit den Schirmchen. Tatsächlich. Was ist denn da oben in der Passe? Rück mal rum. Stern. Oh, mehrere Sterne. Mehrere Sterne. Oh, ey, der bummst uns, Mann. Ach du Scheiße. Der ist ja schlimmer als den, den wir zusammen besiegen wollten. Flamestack brauchen wir. Wir brauchen mehr als das. Halt. Irgendwie schieb was. Dricks zu F18. Schieb höchstens den großen, aber... Ich schaue das. Ja, ist besser. Ja. Ja, oder Immunität. Okay. Okay. Wir haben die Ballons vergessen. Ja, ich glaube ich. Perfekt. Murlocs haben Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Ach Gott. Jawohl. Ja, aber Dings. Ähm. Wer ist das? Jetzt machen wir hier nächste Runde, dann sind wir tot. Ja. Ja. Wow. Scheiße. Ja. Oh. Ja, das ist genug, Mann. Scheiße. Schieb den... Sag ich scheißegal, was du hier machst. Ha! 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 Flamestrike und dann... Nein, nein, nein. Guck, 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 Achtung her. Ja, genau. Sag alles weg. Tschüss. Weggefegt die Ruhr. Schlampe. Kann nix. Natürlich. Jetzt gibt's erstmal auch nicht Damage. Sechze. Ah ja, bis sieben. Oder bis sieben oder was. War cool. Ha! Die Serie geht weiter. Nee, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben ja keine Kosten. Außer wenn jetzt ein Legendary kommt. Oh shit. Tut es richtig. Lass diese Karte auf den Rand zurückkehren und ruft einen Fehlfehl-Nebel herbei. Dann kriegst du nochmal 16 Damage. Nein. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Obwohl... Nein, das geht nicht. Okay. Jetzt ist gut. Das ist geil. Sieht gut aus. Naraxus eingeladen. Diesen Schlechtling. Habt ihr einmal Karaoke singen gehört? Einfach sensationell. Habt ihr einmal Karaoke singen gehört? Einfach fabelhaft. Das war aber jetzt mehr Glück als Skill bei du Wichser. Oh du Wichser. Oh du Wichser. Eisglock. Nee, der ist doch schon. Nein. Oh Gott. Du Schweinehund. Du Schweinehund. Du Fleck. Nix. Gefleckerlei. Nochmal. Der Schweinehund hat uns besägt. Hast du nicht mal hier ruhig? Gibt's den? Ja, auch für Urschwind. Das wär für irgendwas. Der kriegt die Heldenfähigkeit umsonst und kriegt einen Surfshelfer dann, gell? Ja, wahrscheinlich. Zwei. Vor allem können wir nicht mal den Helden wählen. Das ist ja die Kacke. Schieben ist zu teuer für den Anfang. Wir haben ja nur... Wir haben ja keinen Mann an. Aber der macht volle... Ja, stimmt eigentlich. Nehmen wir doch eins mit eins. Weil gerade mit Lief der... Äh... Ne. Woher hätte ich auf Schieb lassen können, oder? Legendäre Diener? Ja. Warte. Kann ich gleich gut angreifen. Ja, was ist passiert? Oh, gespürzt. Gruppierende! Wo ist der legendäre Diener? Jetzt. Wieso nicht was... Wieso nicht... Todesschwinge machen! Anni, das war scheiße. Da hätten wir keine Karten mehr. Stimmt. Obwohl, nee. Dann nicht. Dann zählt den Beunig. Stimmt, weil er nicht gespielt hat. Zauber. Krampfschrei. Abgesehen von dieser Feier. Maul! Der ist sechs Jahre. Super. Und die Münze. Was ist denn noch so'n Fuller? Boah. Fick dich du Hurensohn, Alter. Was ist das? Na, du musst schon Karten ziehen. Ja. Halt! Kein Mörder. Ich hast so'n Null-Ding. Was gibt's denn mit Null? Ich weiß nicht, ob es so riesig ist. Schau' nach dem Schachspiel. Die richtigen Gäste werden jeden Augenblick eintreffen. Okay. Okay. Fiegt einem die nach dem Schaden zu. Jetzt kriegt der noch mehr. Der müsste schieben, Alter. Geht's aber nicht. Ey. Fick dich! Ich bin mir schlecht veräppelt. Niemand veralbert uns. Ich glaube wir schneiden die Hälfte vom Video mal raus. Ja, voll. Wir suchen ein Video bei Youtube, wo jemand den gekillt hat und schneiden sie schnell rein. So, jaaa. Geil. Ich mach Rüsteln. Das war's. Ja. Ja, aber... Aber wenn du den Kleinen angreißt? Perfekt. Aber der wird ihn jetzt killen. Ja, der wird den zerstören. Mischgeburt. Mischgeburt, ja. Das ist keine Mischgeburt, das ist eine Mischgeburt. Ja. Scheiße. Ja, okay. Das ist ja, wenn ihr einen Zauber weckt, nicht endlich wieder von eurer Deck. Ey, schieb den Elfer, Mann. Oder kill ihn, mach irgendwas. Der ist viel zu stark, Mann. Ja, sterben alle. Ach so. Ja, stimmt. Ja. Okay. Wuuu. Jetzt noch mal diese, wo die Zauber auf Null setzen. Dann noch mal das Feuer. Hä? Er hat das bekommen. Region. Es kam einfach. Oh, nee. Ah, jetzt bitte schieben. Furchtbar. Schieb ihn. Du kannst nichts anderes machen. Du kannst nichts anderes machen. Xer, Alter. Wie viel Karte? Das machen wir gleich noch. Das bringt nichts. Schade. Die brauchen noch ein paar Karten. Ja, aber... Naja, egal. Machen wir mal nicht. Vielleicht haben wir nächste Runde... ...dann haben wir sechsmaler und machen wir das. Dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen ausspielen. Mörlocks haben Angst vor Ballonks. Was labert der für eine Scheiße die ganze Zeit, Mann? Sam Mörlocks haben die. Ach so. Mörlocks haben Angst vor Ballonks. Mörlocks haben Angst vor Ballonks. Von den Scheiß-Buff-Karten haben, Alter. Ja, hier ist alles möglich. Stimmt. Gibt einen Diener. Zeig Schaden zu. Ah, schau das. Oh. Oh. Ich hab ne Idee. Ja, da kannst du die spammen, gell? Ah ne, mit Dechsen. Nein! Zwölf Schaden auf das Schaf! Zwölf? Macht das jetzt zwölf Schaden? Ah! Scheiße! Boah! Das war mein Fehl. Okay. Aber jetzt haben wir fette Zauber drin. Bist du ein Bier? Ich brauche jetzt eins. Obwohl ich eins in der Hand habe. Aber es ist leer. Willst du einen? Haben noch welche? Wir haben genug. Oh ja. Gekauft. Krombacher. Haben wir heute noch Auto? Sicher. Okay. Jetzt hat er echt mit Bier gesoffen ordentlich. Wenn wir Auto fahren, sitzen wir hier nicht am Steuer. Das ist gut. Hier, hier. Ja, zauber! Die Horkschnitte, Alter. Jetzt geht's ab, Mann. Was geht ab? Fünf Zauberschaden. In seine Fresse rein. Fünkt an, Feinde dich mit ihm. Oh nein, es ist doch nur einer da. Ja, stimmt eigentlich. So gefährlich ist der immerhin. Geht nicht. Es ist kein Diener. Scheiße. 16 Damage. Der steht jetzt halt nicht so und das ist eigentlich ein... Na, der steht so oder so. Also. Hm. Nein. Wenn wir dann wieder so einen Scheiß raushauen und dann haben wir keinen... Danke. Da! Siehste? Ja. Ja. Da kannst du dich draufknallen, das Ding. Hast du mit deinem ARKB gekocht? Ja. Für irgendeinen Besuch kommt und so. Ha! Das war ein guter Trick. Boah, nochmal fünf Zauber macht, gell? Wenn wir jetzt noch... Oh ja! Aber du musst dir diesen Spacko killen zuerst. Langsam. Was haben wir jetzt? Die... Ähm. Soll ich das machen und dann den killen? Der muss weg. Hm. Ja. Ja. Er muss... Das ist klar. Der muss weg. Erster. Jetzt haben wir noch drei. Ja, er muss nicht. Ja. Würde ich auch sagen. Die Runde sieht schon besser aus. Ja. Fuck. Meine Herz schon im Ding. Ich bin der, der kein Bier trinken kann, weil der immer scheiße... Oh. Schreibt mich nicht so an! Ja, okay. Das ist... Das ist... Nur ein Licht. Wow. Ah. Das ist nicht ganz so schlecht. Gegen Zauber. Konter. Oh. Oder... Oh. Das kenne ich gar nicht. So ein Block oder was? Und jetzt? Klick mal drauf. Was kann die? Ja. Das spätst du. Nichts. Für aus 18 Schaden. Gut. Ich füge allen Diener ein Schaden zu. Da können wir eigentlich Wichtel produzieren. Soma? Mhm. Schreibt mich nicht so an! Schreibt mich nicht so an! Schreibt mich nicht so an! Halt 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 halt. Nur den feindlichen Dienern. Das war Fail jetzt. Scheiße. Warte mal, du kannst... Scheiße, das war mein Fail. Greif mit den Beinen, mit der Tussi und mit dem Wichtel Dienern. Dann kannst du Flamestrike im nächsten Zug benutzen. Oder? Ja. Dann stirbt der Wings. Warte mal kurz, machen wir erstmal hier. Ja. Dann musst du ziehen. Oh ja. Hm. Hm. Fünf? Sechs? Ah, lohnt sich nicht das hier, hm? Nee. Ah. Der vergibt. Ah ja ja. Ah. Das ist gut. Das ist sehr... Scheiße. Der wird so oder so gestorben. Eben. Okay. Wenn ein Ding killt, dann stirbt der auch. Das ist gut. Wenn ein Ding killt, dann stirbt der auch. Ja. Genau. Bzw. Beziehungsweise beide anderen. Ne. Ne. Der war einer. Geheimnis? Haha. Zerstäuben. Er kriegt keinen Wichtel. Er kriegt keinen, weil er zerstört ist. Und nicht an... Nicht Schaden erlitten. Also er hat schon Schaden erlitten. Aber... Oder kippt an. Ne. Sehr gut. Ah, nice. Der ist auch hartnäckig. Jetzt kannst du das machen mit... Schaden auf alle. Ja. Ja. Weil dann kriegen die Schaden und sterben alle. Wegen dem Legendary. Sicher? Ja. Ich bin... Ich denke. Das hier. Ja, ja. Ich hoffe es. Mach mal. Die kriegen alle Schaden. Müsste eigentlich gehen. Ja. Ja. Jawoll. Es geht. Der ist am Marsch. Ja, Mann. Der ist am Marsch. Aber volle Kanne. Jetzt sind wir die bei Karten. Die sind jetzt so sinnvoll. Oh ja. Oh ja. Mach mal bitte das mit Null und Mana-Kristall. Ich will auch was gucken, ob's wie beim Brüden, was ich meine Karten ziehen kann. Das was null kostet. Ganz rechts. Ja. Ja. Super. Da war das dann. Also, beim Brüden kriegst du Karten. Scheiße. 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 Ich will nur was machen. Hm. Ja. Hm. Ja. Verbrauchen wir erstmal Mana. Ey. Weißt du, was das geilste wär? Wenn er jetzt die Lord Jaraxxus hätte. Und sich in die Lord Jaraxxus verwandeln würde. Dann könntest du ihn angreifen. Ja. Ja. So. Wir kriegen einen Pyro stark auf die Hand. Äh. Ins Deck meine ich. Wie viele Karten haben wir? 15. Wir kriegen immer wieder Karten. Das ist gut. Du hast keinen Karten tot hier. Mhm. Aber wenn du eine Karte willst und sie nicht bekommst, dann ist es ja scheiße. Guck mal, wen er vernichtet hat. Mhm. 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 Aber erstmal 5 Zaubersteine. Ja, aber wenn der einen Schaden kriegt, dann tötet der den. Weißt du? Mhm. Mhm. Oder 5 Zaubersteine. Auch nicht. Ja. Ja egal. Dann hätte er 5 mal geschossen. 5 mal mehr geschossen. Egal. Scheiße. Jetzt aber dann. Fairball. Obwohl du jetzt erst Karten ziehen könnt. Egal. Scheiße, ja. Oh. Oh. Ja, ich habe gerade ein 10. Oh. Ne, ne. Warnachkristall. Genau. Nochmal in die Fresse rein, Alter. Und das auch noch klein dazu. Oh. Oh. Der kriegt in die Maul jetzt. Der ist rot. Der hat nichts mehr machen. Oh. Was passiert? Oh nein, bitte nicht. Oh shit. Nein. Ihr kommt mit mir. Achso. Aber es ist... Oh Gott. Ah. Ich dachte, ne. Verzaubert ein Rabe. Verzaubert ein Rabe. Für 1-Mana. 2-2. Ist gut. Boah, das ist sogar ziemlich gut. Das ist auch 5 Schaden. Das ist auch 5 Schaden. Wir denken, die nachher bei der 5 kostet. Zu teuer. Nein. Warum? Ne. 7 Mana? Ne. Du kriegst einen Diener und machst 5 Schaden. Das ist gut. Das ist gut. Ja gut. Bei 7. Ja. Dann kannst du halt gut was kontern. Und jetzt? Jetzt können wir nichts machen. Weil ich keine 700 Gold habe. Ja nochmal spielen? Ne. Wir haben es auch schon geschafft. Klingt ja nichts. Aber guck mal, den gibt es nicht noch für ruhig. Das ist einfach so. Ne, geh mal zurück. Vielleicht gehts. Ah, wir können was machen. Was? Ah, ne. Ah, toll. Ne, geht nicht. Doch. Oh Mann. Oh Gott. Das kannst du essen. Hey, komm. Einen Test. Einen Test. Ich hab uns jetzt gerade erst zugeschrieben. Das Video dauert lange. Egal. Zehn Minuten hochladen. Können mal Gasharmen vorgeben. Wir sind hier aber in Rumänien gerade. Wir sind hier gerade nicht drin. Ach, der格 ist er. judgement ja im Garten deried bei quoting. Ja. Sehr gut. das ist ne geile karte alter alle beiden dann tut er schlacht und sonst so die beiden mit zwei maligosse oder drei maligosse und dann akann geschossen und noch den einen wo du akann geschossen immer wieder akann geschossen kriegst und das legendär hier der auch mit den akann geschossen ja genau sport kampf schrei alter was du den besiegst respekt man ach so ich muss ja du spielst ja gut aber drei und der block beide das ist gut ja was macht der hat er trotzdem was ist das kostet nun mal die dinge ja da würde ich mal sagen hier fünf sauber schaden und dann auf 13 schaden eingetötet ist ja schau gewesen von den beiden deppen da wobei wenn er den linken weglässt dann hat es gelohnt hast du auf sein leben geguckt und auf unser leben oh shit wir haben keine rüstung ja ich würde den linken nicht ich würde den held angreifen obwohl ich weiß gar nicht was du machen sollst nicht sterben ich weiß nicht was du da tun sollst mache ich mache ja keine ahnung wir sterben sowieso halt was er hat doppelt so viel leben doppelt so viel rüstung und uns wurde die rüstung weggenommen das ist der heroische modus oder ja das ist ja ruhig und und was für krasse karten ja cool ja du kannst sogar was machen jetzt ne wir sind im linksten zu tot wir können jetzt alles machen was wir wollen ne 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 den linken zuerst du kriegst du so von Sekt und dann das wir haben vielleicht in diesem Block da sind wir noch nicht tot und töte den mongodern 2 ja oh man das ist so zu filmieren man ich brauche mehr Alkohol ja ich glaube schon wenn wir noch ein Bier ich mischbier mit dir bist du schon fertig nein also was haben wir denn bekommen zu steuern okay das ist auch nicht richtig gegen zaubere spielkristall 2 das da was ist das achso, ja bei allem respekt wir sollen wir nicht besiegen gar nicht karten zu ihm erst also ich muss ja nein warum du kriegst du die karten ich bin ein Hurensohn nein will ich nicht aber warte links was macht der linke dann werde ich auch noch einen Schuss machen sonst nichts hast du recht die 5 sauber schaden ja es skaliert nicht mit Rüstung 9, 12 ok wir leben noch aber nicht mehr lange jetzt müssen wir 5 mal malikos äh 5 mal Ragnar rosten und 30 mana 30 mana 5 mal Ragnar rosten dann haben wir es geschafft reino jackson der die passiven nicht hat sondern einfach den voller Held ja das wäre gut mann kacke Hurensohn oh shit die eigentlich sind tot ne wir haben Eisbruch wir sind tot ne wir haben kein Eisbruch unmöglich 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 du weißt doch nicht wer dich grad steuert in alle richtungen penetriert hat alter also das war also das war jetzt schön wir haben zweimal verloren ja gut extrem tot und so weiter ja ich ja komm aber das nehmen wir nicht ne jetzt machen wir es machen wir es schnell muss man da nen Deck erstellen oder nehmen ey was ist da? kartenkauf ja aber was stand da? dunkle etwas dunkres kommt auf euch zu deine schwester im Keller auf dem Mond wie lange ist das Video jetzt? alter das ist voll lang dauert schon lange halbe Stunde was halbe Stunde? dafür dass wir nur einen Kampf haben und sein mal verloren haben gell? heroischer Modus ist halt schwierig mein Hammer brennt mit heiligem Feuer 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 meiner brennt auch mein Schmach so danach gehen wir duschen mit Gas äh mit Wasser und dann geben wir es so Parima schützt euch und gebt euch das mal mehr hin ja ja blablabla egal egal ja 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 das ist Tutorial oder was ist das alter ich weiß das was ist hier jetzt grad kaputt gegangen? das ist ja einfach duschen Halfstone ist aufgestuft lol oh lol jetzt hättest du ein Fail in der Story guck mal jetzt muss ich noch mal auf Aufnehmen drücken mal und der ganze Sound ist im Spiel ist noch drin gell? egal also jetzt gehts weiter Verbindungen wieder hergestellt sehr schön so hört ihr seinen Ruf? ich bin auch dran was passiert so ich sieht mal was er gemacht hat ruckelt sogar egal wenn du drauf weiß ich weiß ich nicht was ich kämpfe das ist doch niss halt ich bin doch hast du grad gesehen? hat das ein anderer Spieler? ne doch ne doch ne doch ne doch ne du bist sterben ne ne doch sonst wird er gar ausstehen la klar amusei guck doch augen therion schickt gar aus? gar nicht deswegen ist doch ein spieler weil es ein spieler ist yo ja war das vorher kein spieler das ist ein echter spieler kartenkauf gegen den echten spieler das ist ein echter spieler kartenkauf gegen den echten spieler und ein zufälligen schuldig 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 das schuldig ich blut für also vielen Dank fürs Zuschauen das ähm das war das war am nächsten Video sind wir mal nicht da wir verlieren trotzdem wir verlieren trotzdem wir verlieren trotzdem wir machen jetzt mal Ende Gelände hier weil es sowieso nichts bringt und wir wollen endlich feiern gehen also genau machts gut bis dann tschüss die Erfotzen geil